Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Wicks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals, vielen Dank. Mist. 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 Rebellion. Rebellion. Oh. Ah, wie schön, sie wiederzusehen. Na, wonach suchen sie heute? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich... Na, wonach suchen sie heute? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Wenn sich ein schwarzer Magier in Hoxmeet blicken... Was haben wir denn hier? Ein Demigais. Rebellion. Manchmal führen alle Wege nach Hoxmeet. Rebellion. Rebellion. Adieu. Rebellion. 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 Das war's für heute. 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 Im Moment brauche ich ihn für nichts. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.